Jetzt hat sich Kajan Kreiner von der SPÖ zu Wort gemeldet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Lindinger hat soeben behauptet, dass nachdem die ÖVP 2017 den Kanzler gestellt hat, in Österreich es zu Steuersenkungen gekommen wäre. Ich berichtige tatsächlich, die Höhe der Steuern und Abgaben werden nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten zivilisierten Welt mit der sogenannten Steuer- und Abgabenquote gemessen. Sie ist 2018, 2019, 2020, 2021 höher gewesen als 2017. Sie ist de facto jedes Jahr gestiegen, seitdem die ÖVP den Kanzler stellt und kein einziges Mal gesunken. Das ist leider die Wahrheit. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Kreiner. Das waren die tatsächlichen Berichtigungen von Kajan Kreiner und von der SPÖ.